Und weil du das Tagebuch erwähnt hast, auch da aus dem aktuellen Fall heraus, es ging darum, einmal Dankbarkeit zu zeigen und das war im ersten Moment so weit weg vom täglichen Erleben und wie man halt sich spürt dazu, so nach dem Motto, wie, für was soll ich jetzt dankbar sein und so. Und kam dann aber irgendwie auf in eine sehr positive Geschichte, die fast eine halbe Stunde gedauert hat, um für verschiedenste Dinge im Leben, in der aktuellen Situation dankbar zu sein. Also Sachen zu finden, um drauf zu kommen, wie viel Positive steckt eigentlich aktuell in meinem Leben und über das nicht einfach drüber zu gehen und sich über die drei Dinge zu beschweren, die vielleicht nicht so toll laufen, sondern sich wirklich dessen bewusst zu werden, sich Zeit dafür zu nehmen. Und darum argumentieren auch so viele Menschen für ein Dankbarkeitstagebuch, weil es einfach den Fokus, immer auf was du den Fokus richtest, so schaut dein Leben halt aus am Ende des Tages. Und wenn du deinen Fokus auf Dinge legst, über die du dich freust, für die du eben dankbar bist, ich überlege gerade, ob mir noch ein drittes Wort einfällt, für schöne Dinge im Leben, ja, was glaubst du, wie sich dann dein ganzes Leben anders gestaltet, wenn du darauf deinen Fokus legst? Vielen Dank.